jo hallo willkommen zurück zu need for speed most wanted auch da sie die schicke karre mit der ich mich jetzt erst mal in diesem part begnügen werde noch mit ein paar rändchen ein bisschen spaß haben mit dem hagen 101 wechselstellen coole zahl muss ich nur die waage angucken man kriegt schon einen orgasmus okay was wir rennen haben wir haben glaube ich kann jetzt die letzten part gemacht ich habe mich ich habe ein bisschen spaß in ihrem flughafen gehabt dabei sonst noch nicht mehr also können direkt das rennen starten dann machen wir das mal ich meine wenn wir das rennen schon mal gefahren haben wozu noch mal hin ich war nur zu rennen nicht gefunden haben das heißt wir kennen das sind auch schon deswegen überspringen keine zeit verschwenden und mehr spaß im wagen haben ich mag den wagen nicht aufgrund dass er sagen wir mal gute leistung also dass er schnell ist ich mag ihn nur aufgrund dessen weil als cool aussieht und weil er im alten was bietet most wanted war aber ich glaube der ist auch gar nicht so schlecht also bis jetzt geht der voll ab das ging fit ich glaube das war eine fehler hier hochzufahren oder vielleicht doch doch nicht nein war kein fehler alles kein problem wir sind zwar jetzt vor mir aber das hat nichts zu bedeuten da ich sie alle noch so circa zweimal eine oder einmal man hier vor es war ja schon das zweite mal mal eingeholt naja oder schon das ziel so schnell habe ich ein rennen nie genossen also jetzt sind rund geländereifen bieten anwenden und anwenden wo ist die fps in aua kammer hart und was hat denn mein motor angetaucht er soll sich schämen schämen sondern sich und davon noch schon weiteres rennen das ist ein high stakes also sprint rennen ja warum nicht wenn man wagen repariert wird jetzt dann auf jeden fall verstecktes chases langes getriebe ach so cool genau das will ich hier bei der polizei schon direkt dabei der oder hat er den schicken wagen grüße dich sechs kilometer siegreiche da kam ich ins schleudern gut dass ich noch nie trage oder weniger und das war krank da habe ich komplett die kontrolle verloren da hatte ich null kontrolle und kam ins schleudern wie ein bilder oh mein gott danke das ist echt immer eine hilfe polizei hatte fakt oh gott neue strecke hier bin ich noch nie angefahren so als rennen wird doch man kann der der mit mit ich springe lieber nicht die gefahr dass ich irgendeine scheiße baue ist zu hoch das ist generell schon fahrer ist aber steht schon die chance dass ich zu viel scheiße bauer deswegen es alles folgwürdig aber geschafft ein langes getriebe ich glaube das war für höchstgeschwindigkeit wenn ich mich nicht irre dann bei euch das ein die auf höchstgeschwindigkeit hier unten als bei euch ein ja dass ich mal reparieren ich habe repariert da habe ich anzulegen pass auf man verarscht mich nicht wenn ich was operieren war sie von hinten so cool aus der wagen und die karosse riefen nicht so cool aber polizei bin ich auch schon entkommen das ist nebenwirkungen bei dem wagen man nimmt kommt automatisch sagen wir das nächste rennen war man nicht zu fahren und noch oben links zu gucken ist nicht so einfach ich könnte zwar anhalten aber ich will nicht habe ich jetzt schon gemacht kann man sehen was ich schon fertig gemacht habe ach so die da unten habe ich schon fertig gemacht rundkurs mal danke dürfte tag das will ich muss ich andersrum fahren okay dann fahren wir mal da lang hoffentlich ist es am flughafen da gucke ich kurz irgendwo anders hin denn ich wollte auch die map gucken bitte sagen wir es ist am flughafen nein das ist hier okay ich glaube das geht sogar klar wenn man diese kurven damit einberechtigte dürfte es eine angenehme runde sein gps du bist das beste gibt mir strecken vor die ich in jedem spiel benutzen dagegen verkehr meine ich weil manche anderen spielen gibt das gps wirklich richtige strecken an von wegen hier war richtig und zwar das spiel macht das richtig es gibt sogar strecken im gegenverkehr weil ich mein ganz ehrlich wer fährt denn richtig also ich jedenfalls nicht wenn ihr jetzt sehen könnt ich fahre nie richtig weg mit dem weg und die trotz gibt es wirklich solche straßen weil die kommen mir so komisch unnötig war so bisschen auch wenn ich das nicht so schwer das würde tech schwer naja mal gucken wir mal wie schneller ist das ich hoffe man nicht zu schön also das ist für sprung nitro online 2500 sp brauche ich ja und das noch bei nacht haben jetzt nacht eingeführt oder gab es schon nacht irgendwie kann mich nicht nach drinnen dass es nach jeweils gab auch hier bis jetzt läuft sehr gut aber da ich jetzt gesagt habe muss ich ja verkacken in dem ich eigentlich gar nicht gedriftet habe das ding leider mit geschliffen ach ich habe gerade bronze da dürfte nicht mehr ich nicht so also hier jedenfalls nicht ich weiß nicht irgendwie ich glaube ich habe drei kurven komplett verkackt einmal könnte ich noch mal versuchen einmal noch mal kann ich versuchen 2000 2000 ist machbar 2500 oder muss ich jede kurve hinkriegen und das wird nicht so einfach vier hunderten aber das war eine perfekte trifft auch auch okay aber man jetzt muss ich die kurve so perfekt hinkriegen okay die nächste kurve hinkriegen und ich habe wenigstens silber das ist traurig so zu sehen ja mann ich hätte zu wenig speed für die letzte kurve tragisch tragisch wohl noch einmal weiß also die erste kurve krieg ich hin die anderen sind so lala ach so der bonus fällt weg von den 50 punkten ok wenn ich diese dinger berühren nicht zu berühren ist echt so jetzt biet ich brauche schnell geschwindigkeit bis da der nächsten kurve aber scheiße habe ich es noch geschliffen ok komm krieg da hin ja ich habe silber und gold werde ich ihn nicht hinkriegen zu wenig geschwindigkeit naja egal wenigstens silber ok das trifft das schon schon schwierig in solchen bereichen am flugkampf war das ja noch einfach weil es alles so gerade und flach war dann musste man sich ja nur auf die kurve konzentrieren da muss man auf die steigungen sowie zu erzählen geschwindigkeit nicht so ganz einfach oder ich kriegste wenn ich hin kann auch ach man jetzt muss ich wieder zum werk schaffen mal schauen das nächste rennen mein gott ja da gucke ich die ganze hier drauf und dann merke ich einfach nicht was von mir das kann man machen ich habe mir keine lust auf wenn der kommt springt rennen springt rennen nie mehr gut